Herzlich Willkommen zum XXL Helden Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, deinen Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Herzlich Willkommen zurück beim XXL Helden Podcast und wie du vielleicht weißt, ist es mit diesem Podcast mein Ziel, Übergewicht in Deutschland zu reduzieren. Mit der heutigen Episode dachte ich mir, dass ich das Übel mal an der Wurzel packe und direkt über Ernährung für Kinder spreche. Ich weiß nämlich auch, dass viele Eltern hier zuhören. Das ist mir auch persönlich ein sehr wichtiges Thema, denn ich war schon als Kind stark übergewichtig und ich habe für die Episode heute mal reflektiert, was besser hätte sein müssen und habe natürlich auch recherchiert, was hilft. Bevor ich hier anfange, muss ich noch einmal ganz kurz auf die Definition von Gesundheit eingehen, also was für Kinder gesund ist. Du kennst meine Episode zu diesem Thema vielleicht schon zum Thema Gesundheit, aber falls nicht, erkläre ich das hier nochmal ganz kurz. Ich sage, es gibt zwei Gesundheiten, in Anführungsstrichen. Einmal die körperliche Gesundheit, das heißt nicht krank zu sein, nicht zu dick zu sein, kein zu großes Gesundheitsrisiko zu haben, also die körperliche Gesundheit ist so das, was wir unter gesund normalerweise verstehen. Da endet aber auch die Definition der meisten von dem Begriff Gesundheit. Und ich sage, es gibt auch noch eine geistige Gesundheit und die bedeutet, dass man zufrieden ist, dass man seine Ernährung auch genießen kann, dass man auch gerne seine Ernährung, die man übernommen hat, dass man die auch wirklich genießt und gerne isst und dass man sich auch über etwas freuen kann, auch wenn die Lebensmittel, die man dann isst, körperlich gesehen ungesund sind. Schokolade ist zum Beispiel nach meiner Definition geistig gesund, weil man das sehr, sehr gerne isst, weil es auch vielleicht hilft, am Ball zu bleiben. Körperlich ist es aber natürlich ungesund, weil sehr viel Zucker, sehr viel Fett, keine Vitamine, keine Mineralien. Das also im Hinterkopf behalten, diese Definition von Gesundheit. Wenn ich jetzt mal an meine Kindheit zurückdenke, dann muss ich sagen, von der Kindheit, die Kindheit hat man nur einmal. Und woran will man sich denn bei einer gesunden Kindheit gerne zurückerinnern? Dass man jeden Tag brav Gemüse gegessen hat? Also ich persönlich sage, dass zu einer gesunden Kindheit in einem gewissen Maße auch Süßigkeiten dazugehören. Denn ich denke, die meisten werden sich genau daran auch erinnern, dass man zum Beispiel beim Sankt Martins, das war bei mir jedenfalls immer so, beim Sankt Martin nachher die ganzen Süßigkeiten mit seinen Freunden geplündert hat. Natürlich ist das körperlich nicht gesund, aber geistig. Und ich denke, das gehört, ist eine Komponente, die gehört zu einem gewissen Gerade, das ist ganz wichtig, zu einem gewissen Gerade zum Kindsein dazu. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist es auch wirklich aus meiner Kindheit, als ich zu meiner Oma gegangen bin. Und die hatte nämlich immer, jedes Mal Trinkpäckchen, solche Trinkpäckchen, Capri-Sonne war das glaube ich, und Chips gekauft, die ich gerne mochte. Die hatte meine Großmutter für mich immer extra eingekauft, wenn sie wusste, die Enkel kommen zu Besuch. Und das ist natürlich etwas, woran ich mich extrem gerne zurückerinnere. Das war eine schöne Zeit in meiner Kindheit und da kommt auch zu einem gewissen Maßen natürlich Freude auf, auch wenn das körperlich an sich natürlich ungesund war. Aber das war für mich und auch meine Oma geistig gesund. Sie und ich hatten natürlich Freude. Ich habe das natürlich sehr gerne gegessen, beziehungsweise getrunken und meine Großmutter hat natürlich auch gerne ihren Enkel glücklich gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich mich so darauf gefreut hätte, wenn meine Oma Gemüse-Sticks zubereitet hätte. Die Oma ist leider früh von uns gegangen, aber ich muss sagen, das ist wirklich etwas, woran ich mich bis heute sehr gerne zurückerinnere. Das war eine sehr schöne Erinnerung und das verbinde ich auch ein Stück weit immer mit einer glücklichen Kindheit, dass man solche Erinnerungen auch hat. Das heißt, ein strikter Verbot von Süßigkeiten, von in Anführungsstrichen verbotenen Lebensmitteln hilft bei Kindern auch einfach nicht, denn Süßigkeiten und Kinder gehören einfach in einem gewissen Maße zusammen. Genauso wie bei uns hier auf dem Lande jagen die Katzen zum Beispiel noch sehr viel Mäuse. Wenn die eine Maus sehen, dann kommt einfach der Jagdinstinkt in den hoch. Das tun Katzen einfach, das gehört einfach dazu. Genauso wie Mäuse jagen, zur Katze sein, dazu gehört, gehören ein paar Süßigkeiten zum Kindsein dazu. Die wahre Kunst ist es aber, hier einen Einklang zu finden, eine Mitte zu finden, sodass der Süßigkeitenkonsum keine Überhand einnimmt. Und hier kommt man nämlich als Elternteil ins Spiel. Man muss sich nämlich bewusst sein, dass man als Elternteil zumindest bis zu einem gewissen Alter des Kindes die Verantwortung für das Gewicht des Kindes übernimmt. Kinder werden einfach sehr viele Süßigkeiten essen, wenn sie alleingelassen werden damit. Und dann werden sie sich häufig auch überfressen. Und das heißt, wenn Junkfood im großen Maße verfügbar ist, dann wird das in der Regel auch gegessen. Das Problem ist dann, dass gesundes Essen dann eher eine Ausnahme wird als die Regel. Ich sage also, von Anfang an sollte man hier gute Gewohnheiten antrainieren und Obst und Gemüse Bestandteil der Ernährung machen, von klein auf. Bei Gemüse ist das meist, vor allem bei kleinen Kindern, noch etwas schwieriger. Obst, das funktioniert sogar recht gut, das schmeckt auch den meisten. Aber um Gemüse auch in die Ernährung heranzutragen, muss man vielleicht bei kleinen Kindern mit ausgefalleneren Rezepten arbeiten. Zum Beispiel einer gefüllten Paprikaschote, wo man zumindest schon mal die Paprika mit isst oder es auch klammheimlich untermischen. Das geht natürlich auch. Aber ganz wichtig finde ich auch, dass man als gutes Vorbild vorangeht und dann auch wirklich dem Kind das Gemüse auch vorisst und mit ihm isst. Der größte Aspekt ist hier aber, definitiv finde ich, das Umfeld des Kindes anzupassen. Hier vielleicht mal ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, du kommst in einen Saal und du hast Hunger. Und in diesem Saal ist ein Buffet vorbereitet mit Schokoladenspeisen, zuckerhaltigen Nachtischen. Da gibt es alles mögliche an Mittagessen, Pasta, Nudeln, ein volles Schlemmer-Buffet. Allerlei Leckereien und du hast Hunger. Es wird einfach extrem schwierig sein, dem zu widerstehen und nichts zu essen. Wenn du aber in diesen Saal kommst, auch wieder hier, du hast Hunger und dieses Buffet, das ich gerade beschrieben habe, ist auf der linken Seite, aber auf der rechten Seite hast du Alternativen. Da ist zurechtgeschnittenes, saftiges, farbiges, wunderbares Obst und Gemüse und da gibt es auch fettreduzierte Ware, dann hast du zumindest schon mal eine Alternative. Du kannst dich entscheiden, du musst nicht aktiv den ganzen in Anführungsstrichen Leckereien auf der linken Seite widerstehen, weil du hast eine Alternative. Es fällt dir sehr viel einfacher, die gesunde Alternative zu wählen, als gar nichts zu essen. Damit will ich sagen, das Umfeld macht extrem viel aus. Wenn gesunde Alternativen überall verfügbar sind, dann wird die gesunde Ernährung auch eher zur Regel als zur Ausnahme. Da habe ich auch mal ein Experiment gesehen, beziehungsweise einen Erfahrungsbericht von einem Elternteil, das hat nämlich gesagt, das hat nämlich genau das umgesetzt. Das hat Obst immer in Reichweite des Kindes gestellt, das lag immer offen. Obst, also ich meine, sie sagten Bananenäpfel und Kiwis und dergleichen. Das war immer im offensichtlichen Sichtfeld des Kindes, lag überall aus in der Küche und so weiter. Und die haben festgestellt, dass das Kind sehr viel weniger oft zu Süßigkeiten gegriffen hat, weil Obst immer zur Verfügung stand. Es griff dann eher zum Obst. Und das ist definitiv schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sie haben dann auch festgestellt, das Kind hat quasi ohne weiteres Zutun schon Gewicht verloren. Das ist also der Aspekt, den ich hier auf jeden Fall mitgeben möchte. Das Umfeld des Kindes auf jeden Fall anpassen. Gesunde Alternativen einfach sehr viel häufiger verfügbar machen, dann wird das Kind auch automatisch schon weniger Süßigkeiten essen. Wichtig finde ich es auch, das Essen vielleicht mal mit dem Kind zuzubereiten. Natürlich ist das in einem gewissen Alter schwierig, weil sich das Kind vielleicht gar nicht dafür interessiert, aber dem Kind vielleicht schon mal ein paar Denkanstöße mitgeben zu zeigen, wie Nahrung funktioniert, wie Essen funktioniert, wie Kochen funktioniert und warum man vielleicht mehr Gemüse essen sollte als Süßigkeiten. Also ganz wichtig, das Umfeld des Kindes anpassen. Da habe ich auch noch ein Beispiel, was ich auch früher in meiner Kindheit immer so erlebt habe, wenn man im Sommer vielleicht mit der Familie ins Schwimmbad fährt. Da habe ich ganz oft Familien gesehen, die mit ihren Kindern dort waren und dort dann das Essen vorbereitet haben, zu Hause für den Ausflug ins Schwimmbad. Und ganz oft war das so fettiger Nudelsalat mit sehr viel Mayo und vielleicht noch Brot. Und da denke ich mir, hier könnte man doch einfach mal eine gesunde Alternative mitnehmen. Warum nicht so was wie eine Wassermelone, Gemüse mit Kräuterdipp oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das heißt, du kannst dir zu Hause schon die Entscheidung abnehmen und das Umfeld schon entsprechend für das Kind vorbereiten. Gerade in solchen Ausflügen wie zum Schwimmbad oder sonst irgendwo hin, da kann man wirklich mal das Umfeld entsprechend vorbereiten und gesunde Alternativen mitnehmen. Also, Fazit. Das gelegentliche Stück Kuchen macht niemanden dick und das gehört auch zum Leben dazu. Kinder essen einfach gerne Süßigkeiten, das ist einfach so und ich behaupte auch, zu einer gesunden Kindheit, an die man sich gerne zurückerinnert, gehören auch Süßigkeiten in einem gewissen Rahmen dazu. Was ich hier mitgeben will, ist, die Dosis macht das Gift. Das ist ganz wichtig, die Dosis macht das Gift. Und als Elternteil muss man sich bewusst sein, dass man zu einem gewissen Alter, bis zu einem gewissen Alter, die Verantwortung für das Kind auch wirklich aktiv übernimmt. Und das kann man sehr positiv beeinflussen, indem man das Umfeld des Kindes entsprechend vorbereitet. Gesunde Alternativen sehr offen präsentieren und die Süßigkeiten vielleicht in irgendeinen Schrank wegsperren. Nicht unbedingt dem Kind überhaupt nicht mehr zugänglich machen, aber es geht einfach darum, die gesunden Alternativen sehr viel einfacher zugänglich zu machen. Und ich glaube, wenn in dem jungen Alter schon die richtige Grundlage gelegt wird, wenn man Kindern von Anfang an schon ein wenig etwas über Ernährung mitgibt und sie unterrichtet so ein bisschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass diese Kinder später nicht übergewichtig werden. Halte ich wirklich für eine sehr wichtige Episode, weil ich denke, ich finde es sehr, sehr schade, dass heutzutage Kinder schon früher übergewichtig werden und diese Verbreitung von Smartphones und Tablets und die man jetzt schon im sehr jungen Alter benutzt, wird vermutlich dazu beitragen, dass dieser Trend, dass Kinder früher übergewichtiger werden, auch noch weiter ansteigt. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass wir hier frühzeitig quasi eingrätschen und die Ernährung und Ernährung thematisieren noch aktiv zu Hause. Das war es für diese Episode. Ich hoffe, das hat dir gefallen und das war einleuchtend und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Gefällt dir dieser Podcast und würdest du dich gerne mit anderen zum Thema Abnehmen, Ernährung und Motivation austauschen? Dann solltest du unbedingt der XXL-Helden Facebook-Gruppe beitreten. Abnehmen und am Ball bleiben fällt in guter Gesellschaft nämlich sehr viel leichter. Deshalb geh jetzt auf www.xxl-helden.de Schrägstrich Gruppe und du wirst zur XXL-Helden Facebook-Gruppe weitergeleitet. Dort klickst du einfach auf den Beitreten-Button und ich bestätige deine Anfrage so schnell wie möglich. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. 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 Bis dann.